Das ist ja auch so ein reiner Aktivistisch, das ist alle rein, ich bin stolz, dass sie das machen. Ja, ich spüre es noch vor den Jahrzehnten, das scheiße geht. Die macht das schon immer nebenbei, in der Ordnung, immer nicht gut. Die macht das gut. Der hat ja auch nicht schön, das ist der Kopf vor sich. Das ist gar nicht vorgearbeitet, hat es jemand gesehen? Ich hoffe nicht. Scheiße. Das ist weil die Körpersprache, wenn die angeht, wenn die den Muskelzug geht, der mit. Warum stößt du eigentlich hier? Ich stößte so, sie sind. Schön, sehr schön. Das ist ja schon die erste Runde gelaufen. Das ist so. Den Neuen kriegt er bestimmt nicht vorbein, oder? Jetzt wollen wir euch in der schicke Kutschentum anhalten. Die sind aber dann sehr streng für die erste Streitmutzung. Sie werden gehen. Sie lässt die Arme aufrufen, und man macht es dann höher. Schick. Das war eine Zehn. Aber hallo. Wie jetzt? Man guckt sich unten in den Ligi, weil sie sagt, dass sie nicht schließen ist. Das ist aber total niedrig. Das finde ich auch sehr schwer verhinten. Ich mache das Stimme. Er hat den Sitz so schön angenommen. Also ich meine, wenn der Mann in 8 Punkten, wenn der Mann in 8 Punkten gibt es, wo sie 4 Punkten bekommen haben, warum? Oh, hallo, wer ist da? Also ganz ehrlich, das wurde so schnell umgesetzt. Und selbst wenn die gesagt hätte, jetzt setze ich hin, ich weiß. Oh, hallo, die Maschine. Boah! Scheiße, wie der Pfann, seht ihr was? Nein, die frischen Grünen. Weißt du, dass ich das gerade in die Pfann stellen soll? Oh, ich bin klar, weiß ich nicht. Fein, das könnt ihr immer nicht so verrückt machen. Haltet mal auf die Klappe jetzt. So bitte, Gute. Feines Strahl, das ist echt toll. Cool. Es kommt wieder auf die Klappe. Kann man die, die? Können wir die alte Platz ab? Der macht dann draußen so. Haben wir jetzt geld? Warum? Oh, scheiße! Na, weil das ist immer so zwischen der Spiel auf Flösen gemacht worden. Da hat er gesagt, okay, wir gehen weiter. Da wollte der Hund verliegen. Aber ist super. Ich denke, die ist ruhig. Die ist total zittrisch. Sie ist am Hund. Sie geht wie Inkelkackt und der Hund ist verschwankt zwischen die Alde und Micky Augen. Jetzt hat sie schon gesagt, die Alde hat gar nichts gesagt zu mir. Aber sie kam dann so, sie sagt nicht, wo wir uns besitzen. Das ist nur nicht das, wo der Kunde sagt, ich weiß nicht, ich gucke mich selber, vielleicht soll ich lieber noch mal gehen. Wo sind die ganzen Pools? Das fehlen ja zehn Jahre. Er rückt schon mal zehn aus irgendwo. Das ist jetzt nicht die Box. Die Boxer fehlt. Also abruf um 8.30 Uhr und die Boxer hat sie nicht gezeigt. Die Boxer hat sie nicht gezeigt. Die Boxer hat sie nicht gezeigt, die Boxer. Da warten wir auf die Zehn. Das hätte ich aber jetzt. Ja gut, anderthalb Jahr, sie kommt aus 2.80 Uhr. Ja, aber hallo, wir sind in der Beginner, Schatz. Wir sind nicht in der 1. Wir sind noch mal in der Beginner. Ich habe jetzt die anderen zwei Beginner gesehen. Ja? Da würde ich gerne mal den Unterschied zwischen 8.30 und 8.30 Uhr sehen. Du musst ganz vieren. Ja, lighter. Da gibt es auch so. War lustig. Was hat ich denn gemacht? Wo soll ich denn gemacht? Ich hab davor. Das hat so gut gemacht. Das hat so gut gemacht. Baaah ey. Gut reagieren. Gut reagieren. Gut, der guckt die Alte gut. Scheiße, was will denn die Alte von mir? Gut reagieren. Echt. Eigentlich ist es so schön. Und wie der macht. Wahnsinnig. Ihr könnt es doch nicht ändern. Doch. Der ist auch so liebhebend. Jetzt stellt er sich. Oh, jetzt. Er kann ja. Weil er ist auf und schon hingesetzt, natürlich. Oh, das war jetzt gut. Na, weil der nicht so richtig. Der wusste, der weiß nicht, was er soll. Du merkst doch. Jetzt geht er immer wieder zwischendurch zum Mitteln. Das ist so wie, die Alte ist komisch. Bist du gerade? Die Alte ist komisch. Die Alte ist komisch. Ich bin jetzt komisch.